Die grünen Waldelfen L. Verdeuer stellte im November 1955 für mich die Fakten zur Existenz der, wie er sie nennt, beweglichen, vegetatiblen Formen, die Menschengestalt annehmen, zusammen. Die Herr X und seine Familie in den Wäldern von Lincolnshire gesehen hatten. L. Verdeuer erfuhr in den ersten Einzelheiten von seinem Schüler, dem Sohn des Herrn X, der ihm bestürzt folgende Geschichte erzählte. An einem strahlenden Nachmittag der Spätsommerferien ging er mit Mutter, Vater, Bruder und Tante zum Picknick in den Wald. Da es sie langweilte, nur da zu sitzen, erhoben sie sich und wanderten umher, bis sie an eine Lichtung gelangten, wo sie alle einige grüne Gestalten sahen, die Hand in Hand im Kreise tanzten. Sie waren höchstens 22 Zentimeter groß. Gesichtszüge ließen sich keine erkennen, aber alle trugen eine grüne Spitzmütze und hatten lange Arme und Beine. In der Kreismitte war so eine Art König mit einem Licht in der Hand, berichtete der Junge. Während die Familie wie erstarrt dastand, öffnete sich der Ring und der König verließ ihn, um sich unter einem großen Ampferblatt niederzulassen. Er zog die Beine an wie ein Mensch und fächelte sich mit dem kleineren Blattkühlung zu. Der Vater des Jungen hielt es nicht länger aus und machte einen Schritt vorwärts. Mit unglaublicher Geschwindigkeit rannten die Figuren auf einen Wall zu und verschwanden. Verzweifelt suchte die Familie nach einer Spur von ihnen, aber nichts war zu finden. Die Frau von Herrn X reagierte nahezu hysterisch auf diesen Vorfall und die Tante musste sich ihre annehmen. Der Junge meinte, er habe sich unheimlich gefühlt. Man wusste nicht, was man tun sollte und Herr X bemühte sich, die Familie allmählich wieder in die Wirklichkeit zurückzuführen, da sie etwas gesehen hatten, was ihnen niemand glauben würde. Sie gingen nach Hause und hatten das Gefühl, als ob sie unabsichtlich an irgendeiner schrecklichen Handlung teilgenommen hätten. Der Tante war es doch gelungen, einen der kleinen grünen Männer, der einen Baum lehnte, zu fotografieren. Sie hielt die Aufnahme versteckt und wollte sich nicht davon trennen. Der Junge aber hatte das Bild gesehen und fertigte für El Verdoye aus dem Gedächtnis eine Zeichnung an. Wie die anderen, so hatte auch diese Gestalt lange Beine, eine Spitzmütze auf dem Kopf, einen grünen Körper sowie blitzschnelle Bewegungen. Als die Aufnahme gemacht wurde, kehrte die Figur der Tante den Rücken zu, die Hand lässig am Baumstamm ruhend. Sobald die Tante aber versuchte, auf sie zuzugehen, huschte die Gestalt um den Baum und verschwand spurlos. El Verdoye sprach mit einem vertrauenswürdigen Kollegen über dieses seltsame Erlebnis der Familie. Dieser gestand gegen Ende der Unterhaltung, dass er sich am Johannistag 1943 in eben diesem Walde des Nachts alleine aufgehalten hatte, um Vögel zu beobachten. Auch ihm waren Gestalten begegnet, die der Beschreibung des Jungen entsprachen. Ihm waren ebenfalls keine Gesichtszüge bei den Elfen aufgefallen, die verstreut unter den Unkräutern und Büschen des Waldes saßen. Nach dieser Unterhaltung mit Herrn Verdoye ging er wieder in den Wald, der von den kleinen Gestalten nur so wimmelte, die in der Abenddämmerung von den Bäumen wegkrabbelten, unter den hohen Blättern der Kräuter hin und her und wieder zurückliefen. Der Anblick betäubte ihn und einmal fiel er sogar in eine Art Ohnmacht. Er wusste nicht, wie lange, aber als er wachte, war er ganz nass. L. Verdoye meinte, dass er ihn nachher wieder getroffen hatte und er ihm wie verzaubert erschien. Später verbrachte Herr Verdoye selbst in Begleitung eines Zeugen zwei Nächte im Wald. Er suchte jene Stelle auf, an der die Familie ihr Picknick gehalten hatte und untersuchte jeden Zentimeter der Mulde und die Böschung hinauf, wo die grünen Gestalten verschwunden waren. Er konnte jedoch nichts Ungewöhnliches finden, nicht einmal Erdhügel. Er bemerkte jedoch, dass auf der Lichtung, wo Herr X und seine Familie die Elfen überrascht hatten, acht oder neun Bäume mit seltsamen Löchern rund um die Wurzeln standen. Bei näherer Untersuchung stellte er fest, dass jedes einzelne Loch sorgfältig und gleichmäßig mit braunen, trockenen, unverdorbenen Blättern ausgelegt worden war. An der Rückwand eines jeden Lochs entdeckte er winzige Spalten, die in den Boden führten. Er vermutete, dass diese Blätterteppiche die Arbeit entweder von Kindern gewesen sein konnte, was allerdings Stunden gedauert hätte, B. Tieren wie Eichhörnchen oder C. Elfen. Er glaubte jedoch, dass es das Werk der Elfen war. Einige Jahre später wurden die Wälder für die Öffentlichkeit geschlossen, sie sind aber inzwischen wieder geöffnet. Eines Tages hörte er Werdauer zufällig die Bemerkung einer älteren Dame, die zu ihrer Freundin nach einem Busausflug sagte. Also die ganze Zeit über fühlte ich mich beobachtet und die Bäume hatten so seltsame Formen und die Wurzeln sahen so schlangenartig aus. Ich war erleichtert, wieder in den Bus zu kommen. Alleine könnte ich dort niemals hingehen. Ich habe mich die ganze Zeit nicht sehr wohl gefühlt. Ich habe mich die ganze Zeit nicht sehr wohl gefühlt. Ich habe mich die ganze Zeit nicht sehr wohl gefühlt. Ich habe mich die ganze Zeit nicht sehr wohl gefühlt. Ich habe mich die ganze Zeit nicht sehr wohl gefühlt. Ich habe mich die ganze Zeit nicht sehr wohl gefühlt. Ich habe mich die ganze Zeit nicht sehr wohl gefühlt. Vielen Dank.